Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mass Effect. Wir befinden uns im Armstrong Nebel, auch im Gargarien System. Und da wollen wir doch mal die ganzen Planeten an uns anschauen. Und so sehen, was wir finden, wie dieses Leichtmetall vorkommen. Oder gar nichts. Ja, sowas soll auch mal vorkommen. Auf dem Planeten landen wir nachher. Aber erst schauen wir uns noch den hier an. Da ist auch nichts zu finden. Und bei dem hier finden wir Materialchenschriften. Sehr schön. Dann wollen wir doch gleich mal landen. So, und das hier mal auch schon. Hui, ein ziemlich roter Planet. Ja, das sieht doch ganz nett aus hier. Ja, so, Anomalie, dann, ne, überranter Forschungsaußenposten, da müssen wir hin. Aber, ihr wisst ja noch, es ist zwar schon etwas länger her, aber wir durchsuchen erstmal die Gegend, ob wir irgendetwas finden. Wie gesagt, gehen wir mal hier rüber, fahren so runter, so runter, so hoch und dann hier irgendwie in der Mitte noch. Ähm, ja, so, machen wir das mal. Dann würde ich sagen, bis gleich. Ja, da haben wir auch schon, ähm, das erste Teil gefunden. Ein, wieder ein Element, wie es aussieht. Oh, und ich fahre hier wieder einen Stoß zusammen. Das glaubt man gar nicht, wenn man es nicht selber gesehen hat. So, da haben wir es. Was haben wir denn hier? Ein Titanvorkommen. Wo mache ich es mir eigentlich so schwer? Leichtmetall ist das. Gut. Ja, dann in den Wagen. Und weiter die Gegend durchforscht. Bis gleich. Und hier sind wir bei der abgestürzten Sonde. Wenn man so diesen Planeten hier sieht, sollte man nicht meinen, dass das hier, äh, völlig ungefährlich ist. Der sieht aus wie nach einer Gefahrenstufe, äh, sehr hoch. Okay. Diesen Teil haben wir auch. Dann fahren wir mal hier runter. Und hier, mit diesem tollen Überschlag, äh, kündige ich hier. Dann fahre ich gleich mal den nächsten Magaralien an, die wir da entdeckt haben. Äh, so, ich hoffe, ich kann hier aussteigen. Ja, es geht. Thorium. Sehr schön, ein seltenes Element. Das war hier. Dann schauen wir noch was, ob es hier unten weiter was gibt. Und da haben wir gleich zwei Sachen. Einmal diese Anomalie. Und dann nochmal ein Element. Eine Rettungskapsel. Okay. Hier haben wir ein Medaillon gefunden. Ein Medaillon des Salarianerordens. Gut. Zum Element können wir auch gleich fahren. Das ist ja gerade um die Ecke. Oder sollte gerade um die Ecke sein. Wenn ich diesen steilen Hang hochkomme. Ja, haben wir geschafft. Ja, ja, da liegt's. Das nehmen wir auch mal mit. Das sollte auch ein seltenes Element sein. Ja, so sieht's aus. Gut. Und damit sollten wir eigentlich alles auf diesem Planeten gefunden haben. Dann hätte ich gesagt, gehen wir zu diesem, äh, überhanden, was war's, überhanden, äh, Forschungscamp. Und da sollten wir eigentlich auf Gate wahrscheinlich treffen. Dieses Gate-Lager, das wir ausradieren sollen. Damit wären wir eigentlich schon mit diesem Planeten fertig. Ich bin ja mal gespannt, ob das jetzt etwas Größeres ist. Oder ob das jetzt so eben vorbeigehend zu machen ist. Ja, und da vorne ist es auch schon. Naja, und da sehen wir schon diese Gate-Dinger da, wo sich die, äh, die Leute zu Husks verändern. Äh, nicht schön. Okay, ich hoffe, da kommen wir noch hoch. Okay, das sieht nach etwas Größerem aus. Zumindest müssen wir ins Gebäude rein. Die Karte sagt... Ja, das Übliche. Das finde ich ein bisschen schade, dass die, auf, ne, dass es immer so dieselben Karten sind. Oder ziemlich oft dieselben Karten sind, sagen wir's mal so. Da haben sie ziemlich viel wiederverwertet. Na, da sehen wir auch schon die ersten Gegner. Kommen welche? Ja, von der Seite kommen welche. Und von der Seite kommen auch welche. Wir werden überrannt, aber das sollte ja kein Problem sein. Denn diese Husks, die fliegen doch sehr, sehr gerne. Da kommen aber auch gleich noch welche. Aber ich schätze mal, das sollte mittlerweile eigentlich auch kein so großes Problem mehr sein. Oh, von hinten kommen auch noch wieder... Oi, 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 oi. Oi, 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 oi. Was ist denn das für einer? Ja, okay, der ist aber gehackt mittlerweile. Oh, okay, der ist aber gehackt mittlerweile. Okay, wo kamen denn diese Kerle her? Ein ziemlicher Hinterhalt war das. Hätte ich mal gesagt. Ah, da haben wir nichts mehr. Warst du schon? Komisch, dass ich dann keine Dings gekriegt habe. Keine Mitteilung, dass das, äh, beseitigt ist. Nette Sachen kriegen wir hier. Sledgehammer. Was ist denn das? Das hört sich aber auch ziemlich krass an, das ist dieses Teil. Jetzt muss ich mir mal überlegen, ob ich das mal reinmache. Beziehungsweise irgendwann mal... Demnächst sollte ich mal wieder die Ausrüstung anschauen, ob sich da doch irgendwas geändert hat oder nicht. So, ist hier jemand? Nö, hier scheint auch keiner mehr zu sein. Ah, da haben wir doch noch eine Kiste. Aber... Keine, äh... Keine Dings mehr. Hm. Hier kriegen wir auch keine Anzeige von weiteren Gegnern. Da habe ich noch einen Spind gesehen, den wir vorhin vergessen haben. Naja, ich muss auch ehrlich sagen, ich habe auch mich nicht groß umgeschaut. Weil so ziemlich alles, was drin ist, bringt uns nicht mehr wirklich was. Äh, aber... War's das jetzt vom Dings? Nicht ganz. Jetzt kommt es auch hier draußen. Zum Vorschein. Und das ist gar nicht mal so, äh... Wenig. Aber das sollte alles eigentlich kein Problem sein. Okay, das heißt, das haben wir jetzt. Dieses System ist fertig. Sehr schön. Dann fliegen wir mal zur Normadie hoch. Und dann geht's doch mal ins nächste... Gebiet. Hätte ich gesagt, fliegen wir doch gleich mal. Äh, hier raus. Hier raus. Hier... Nein, 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 nein. Hier bleiben wir natürlich noch drin. Äh, hier sind wir. Gargarien. Dann hätte ich gesagt, Tereshkova. Gehen wir dann als nächstes hin. Und wie immer, erst mal die Planeten scannen. Wir müssen hier auch finden, wo wir hin müssen. Und je nachdem findet man noch viele, viele interessante Sachen. Hier zum Beispiel findet man ein Schwermetall. Sehr schön. Äh, dann kommen wir hier am Planet noch. Da finden wir nochmal ein Schwermetall. Sehr schön. Den haben wir schon gehabt. Ja, den haben wir schon gehabt. Und auf den müssen wir landen können. Ja, dachte ich mir doch. Asteroidengürtel. Finden wir da noch was? Ja, natürlich. Das finden wir hier. Ein Medaillon. Sehr schön. Da müsste man jetzt eigentlich auch ziemlich viele haben mittlerweile. Naja, sobald ich mal gelandet bin, schaue ich mal nach, wie es aussieht. Übliche Mannschaft. Und eine ziemliche Eiswüste. Und ein krasser Himmel. Der sieht ja richtig toll aus. Ähm, ja, aber allererstes... Eine eroberte Basis. Eine eroberte Basis. Ach, das war das. Geht Überfälle. Ja, ein Hammer. Aber ich wollte schauen. Kampfabzeichen. Zwei Medaillons fehlen noch und ein Salarianer-ID. Okay. Asari-Schriften fehlt nur noch eine. Proteanische Artefakte fehlen noch zwei. Insigien fehlen noch zwei. Und Mineralien fehlen zwei Leichtmetalle. Oh, Schwermetalle haben wir sogar schon eins drüber. Genau wie Gaser. Also, haben wir auch schon. Das heißt, Leichtmetalle und seltene Elemente fehlen noch. Und das war's eigentlich. Oh. Ach so, ich muss noch weitermachen. Ja, okay. Dann schauen wir uns mal um. Da ist eine Anomalie. Da sind Trümmer. Und da müssen wir hin. Dann gehen wir doch erstmal zur Anomalie. und schauen mal, was das ist. Ja, da hatten wir sogar gleich zwei von diesen Anomalien. Ah. Ach, Jemini. Ach, der hat mich erschrocken. Erschreckt. Ich hoffe, das kriegen wir noch hin. Wo ist er denn? Uff. Er schaut gerade nicht zu uns rüber. Boah. Sehr, sehr nah. Sehr, sehr nah. Haben wir ihn nicht? Haben wir ihn? Wir haben ihn nicht. Jetzt haben wir ihn. Oh, kommt gerade gleich noch ein nächster. Ah, ne. Das war immer noch der. Ich dachte, wir hätten ihn schon gehabt. Sehr, sehr seltsam. Ich dachte, wir hätten ihn gehabt. Ach, du Schande. Okay. Was haben wir hier? Oder haben wir hier überhaupt irgendwas? Ich sehe jedenfalls mal jetzt nichts. Es sei denn, doch, hier haben wir was. Das Fahrzeug und die Leichen der Menschen tragen deutliche Zeichen von Gate-Feuer-Waffen. Äh, Waffenfeuer. Die Gate wurden von dem Trash-Lund in die Mangel genommen. Sie haben es wohl auch nicht besser verdient. Ja, wir wurden aber auch ganz schön in die Mangel genommen. So, reparieren wir erstmal. Wir haben ja genug Werkzeug dabei. So, dann fahren wir mal zum nächsten, äh, Dings hin. Das ist die Säule hier. Kann das sein? Das sieht doch... Ja, ich glaube, das könnte proteanisch sein. Eine proteanische Ruine. Das bergen wir doch gleich mal. Proteanische Datendisk gefunden. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Und dann haben wir doch gleich noch einen Stufenaufstieg. Jetzt sind wir Level 45. Ich glaube, bis Level 50 gibt's. Wenn ich mich jetzt nicht komplett irre. So. Ähm. Mit ihr könnten wir jetzt erstens noch Präzessionsgewehr und Pistole machen. Naja, Pistole haben wir ja schon zwei Leute. Deswegen würde ich sagen, machen wir mal Präzessionsgewehr. Auch wenn es jetzt nicht mehr wirklich von Nutzen ist. Da haben wir gesagt, geben wir noch zwei Punkte hier drauf, um das voll zu machen. Ja, das ging doch jetzt schnell. Dann schauen wir mal, was wir noch alles finden. Was sind wir noch drüber? Wie gesagt, gehen wir erst mal nach hier unten und suchen mal hier unten. Schauen wir hier unten mal nach dem Rechten. Gut, hier haben wir auch wieder ein Mineral gefunden. Und fahren mit dem Mako direkt drauf. Ah, das war jetzt nicht so, wie ich es eigentlich wollte. Wechselbar. Ein Schwermetall, okay. Eigentlich haben wir das jetzt nicht mehr gebraucht. Was? Keine Ahnung, was ihr jetzt wollt. Ja, dann schauen wir mal weiter. Hier haben wir das nächste Mineral gefunden. Wo wir auch wieder halb drauf waren. Was eigentlich nicht wirklich Absicht war, aber gut. Hauptsache, wir haben es. Ein Leichtmetallvorkommen. Wenn ich mich jetzt richtig erinnere, heißt das, es fehlt nur noch eins. Ich habe es doch richtig gut gesehen, oder? Ja, genau. Ein Leichtmetall fehlt und zwei seltene Elemente. Das ist wirklich nicht mehr viel. Das heißt, mit dieser Quest hier, dieser Auftrag, den haben wir auch bald fertig. Gut. Aber bevor wir jetzt weiter auf diesem Planeten uns umschauen, weil ein Element, äh, ein Metall sollte es noch hier geben, würde ich sagen, machen wir mal eine kleine Pause und machen das nächste Mal weiter. Dann sage ich mal danke fürs Anschauen und bis zur nächsten Folge dann. Tschüss!